hallo freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal schön dass du eingeschaltet hast ich freue mich sehr heute haben wir ein paar nette neuigkeiten zum thema turbulente zeitwege das event welches eigentlich laut kalender erst am 26 beginnen sollte mittlerweile hat blizzard aber geschaltet und es auf den 27 umgelegt aber es gibt da ein paar änderungen am ep buff die ich gerne mit euch durchgehen würde weil mir auch aufgefallen ist dass ich in dem video vom wochenende samstag war es oder sonntag bisschen shit erzählt habe allerdings zu dem zeitpunkt da ich krank war und so weiter und auch noch ein bisschen angeschlagen bin ich wusste es nicht so richtig und habe mich dann jetzt noch mal schlau gemacht und dementsprechend wollte ich euch das jetzt noch mit auf dem weg geben sorry wenn ich noch ein bisschen ja recht sich klinge oder sonst was oder mal husten muss ich bin immer noch krank habe halt schmerzen und so weiter und so fort also ja ist nicht das beste für die stimme aber was willst du machen wenn du mittlerweile selbstständig bist oder frei beruflich da bleibt dir nichts anderes übrig außer du willst kein geld und kein geld ist scheiße aber es geht um folgendes ich hatte ja schon gesagt wenn ihr zeitwanderungs dungeons während des events abschließt bekommt ihr einen ep buff das ist dieses ding hier distilled knowledge of timeways also abgefülltes wissen der zeitwege und das hat vorher noch anders funktioniert und zwar wenn ihr dieses item benutzt lässt sich übrigens an twinks weiter verschicken deswegen ist das ziemlich cool bekommt ihr fünf prozent mehr ep durch das töten von monstern und für das abschließen von quests vorher waren es zwei prozent ihr bekommen hat also blizzard hat das ding auf spieler feedback hin ziemlich gebufft wenn ihr viertes mal diesen effekt benutzt hättet ihr theoretisch 20 prozent mehr allerdings wandelt sich dann der effekt um in einen nochmal anderen buff das steht auch mit hier mit drin upon reaching for applications dann heißt das mastery of timeways also meisterung der zeitwege und ihr bekommt statt 20 prozent mehr ep 30 prozent mehr ep also letzten endes wenn ihr beispielsweise mit einem twink die weekly machen wollt müsst ihr ja fünf dungeons laufen dann schickt ihr einfach vier oder alle fünf dieser dinge an euren twink ballert ihn hoch und er hat dann direkten 30 prozent mehr ep buff und ihr könnt schneller leveln das ist ehrlich gesagt ziemlich ziemlich nice und das ganze ist noch an einen erfolg gekoppelt das ganze sehen wir mal hier auf der seite hier ist übrigens auch die alte wirkweise dieses fläschens mit drin da musstet ihr oder habt ihr zwei prozent gekriegt und ihr musstet zehn mal das ding abgreifen für einen 30 prozent buff also letzten endes hat blizzard jetzt die maximalen dungeons die laufen müsst von zehn auf vier runter gesetzt also deutliche zeit ersparnis und wenn ihr jede woche diesen maximalen buff habt also master of timeways das event läuft fünf wochen ihr müsst jede woche dem buff aktiv haben dann bekommt ihr ein mount sadie shellwing gucken wir uns gleich noch im spiel an heißt dann master of the trouble timeways wo ich mir jetzt noch nicht sicher bin ist halt die tatsache ob man wirklich weil der buff dauert ja ein bisschen theoretisch könnte man so machen ich stecke den shit zum beispiel auf einem hexen meister hoch lock mich dann mit dem aus wenn er maximale stacks hat lock mich nächste woche wieder ein und so weiter und so fort das wird die arbeit auf ein minimum beschränken ich bin mir aber nicht sicher ob das funktioniert oder ob blizzard will dass man sich jede woche den buff aufs neue holt wir werden das ausprobieren ich werde es ausprobieren ich habe dazu aber noch keine clarification also keine vertrauenswürdige aussage gefunden aber wie gesagt es sollte jetzt nicht so schwer sein selbst wenn man es jede woche wiederholen müsste und dafür bekommt ihr dann dieses gute stück hier die sandige schieferschwinge eines der meiner meinung nach hässlichsten mounts im ganzen spiel diese schieferschwingen aber gut was willst du machen umsonst ist umsonst sagen wir es oder kostenlos ist kostenlos sagen wir es mal so das besser an diesem mount ist dann für mich persönlich dass es rein zählt in diesen counter hier für die mount erfolge und dann fehlen mir mit diesem ding nur noch vier stück und ich krieg die rasende teufels kralle besser als nichts ich hole langsam ein bisschen auf bei den mounts dieses addon geht ganz gut ehrlich gesagt aber ja das ist das was ich euch mitteilen wollte also ihr könnt diese buffs ist schneller hochstacken würde damit deuten ihr spielt beispielsweise mit einem main die time walking dungeons und schickt die ep auf einen twink ebenfalls geändert hat sich ja jetzt dass ihr bereits ab level 45 zeitwanderungs dungeons betreten könnte statt level 60 also ihr könnt selbst mit einem twink anfangen den ganzen krims krams zu haben wenn ihr das denn wollt also auch das eine ganz coole geschichte bleibt dann am ende euch überlassen aber denkt dran mit einem twink kriegt ihr natürlich nicht die quest hier von kasra die ist dann für level 70 characters und wenn ihr die abschließt also fünf zeitwein nochungs dann macht kriegt ihr ein heroisches item aus aberus und damit danke fürs zusehen ich gehe jetzt meine stimme schon bis dahin habt eine gute zeit und reingehauen